Danke. Habt ihr einen Führerschein? Ich gebe euch Führerscheintipps. Führerscheintipps von Herodes. Herodes mit Führerscheintipps. An, anschnallen, Spiegel einstellen, Kupplung langsam kommen lassen, ein bisschen Gas geben. Nicht zu viel. Abgebockt, ne? Vorsichtig, ne? Kupplung nicht so schnell kommen lassen. Mehr Gas. Darf ruhig auffallen, ist nicht schlimm. Handbremse vergessen, ne? Ist klar. Sonst bockst du auch wieder ab. Vorsichtig. Grüne Ampel, schon wieder eine Ampelphase verpasst. Hinter dir hupen sie. Warte, ich glaube, der hat sogar eine Hupe. Hinter dir. Kupplung langsam, back off, ist immer anstrengend. Vorsichtig. Aaaaaaaaaaahhh. Aaaaaah